hallo freunde schön dass ihr wieder dabei seid hier bei ü40 zocken es gibt wieder neuigkeiten in generation zero wir haben ein update bekommen mit bug fixes und ein paar verbesserungen quality of life changes hin und her und das soll aber nicht thema dieses videos sein ich möchte euch in diesem video das zeigen was uns natürlich alle am meisten interessiert nämlich das neue fahrzeug das sogenannte flack moped ja als ich vor circa zwei wochen in der ankündigung den begriff flack moped das erste mal gehört habe habe ich ein bisschen angefangen zu träumen und habe mir sowas hier vorgestellt oder sowas aber ich musste dann leider feststellen dass flack im deutschen eine ganz andere bedeutung hat als im schwedischen denn flack moped ist nichts anderes als einfach irgendwie so ein dreiräderiges lasten moped und ja es gibt für alle also quasi kostenlos eine standardversion von diesem flack moped und der eine oder andere wird sich wahrscheinlich schon gewundert haben wo er das findet das ist ganz einfach ihr geht auf die map und sucht euch dieses safehaus nü dala heißt es in der ackerlandregion also ich mache die map ein bisschen größer das ist die startregion und hier kommt er in die ackerlandregion und hier drüben ist der unterschlupf nü dala vor dem stehe ich jetzt das hier ist quasi das safehaus und das flack moped ich muss immer noch lachen findet ihr hier so und so das läuft dann genauso wie ich nehme gleich das benzin natürlich auch mit logisch das läuft genauso wie bei dem moped damals ihr müsst das quasi als blut brennt aufheben und ab jetzt können wir hier oben ihr seht es schon wir haben jetzt neben den fahrrädern und den motorrädern noch eine dritte kategorie das flack moped ein klassisches schwedisches transport moped das flack moped ein vielseitiges und beliebtes lasten dreirad ist ein gängiger anblick auf kleinen inseln wo größere fahrzeuge nicht erlaubt sind und momentan gibt es quasi in der unbezahlten version also in der kostenlosen version sagen wir mal so in blau so dann spawnen wir das teil noch mal und schauen was es so kann in seiner standardversion und im zweiten teil des videos gehen wir natürlich auf die dlc varianten ein denn da gibt es auch welche ich glaube mein flack moped bewegt sich schon ne tut's nicht okay los geht's ich bin skeptisch natürlich macht es ein haufen krach klar naja 53 50 km h auf der strafe mit der leertaste vollbremse okay so momentan ist es so wir können hier quasi als uns draufstellen und der kollege könnte dann quasi damit fahren naja ob das wirklich so toll ist weiß ich jetzt auch nicht ich hätte wie gesagt lieber irgendwie hier so ein kaliber 50 oder 120 mm kanone vorne drauf es gibt keine möglichkeit irgendwie sachen da drauf zu deponieren aber was wir mal probieren könnten ist folgendes und zwar nehmen wir jetzt einfach mal irgendwas ist ja wurscht irgendwas was ich jetzt nicht unbedingt braucht die brennstoffzelle zum beispiel und legen die ab dann die rauch ne die rauchgranaten nicht aber die hier legen wir auch ab alle beide und theoretisch mit ein bisschen glück funktioniert es nicht ich hatte jetzt gehofft dass der rucksack dann da oben auf der ladefläche liegt aber das ist nicht der fall ich sage da nichts dazu also ich habe da natürlich meine meinung dazu aber ja ja es ist ein flack moped wir kriegen es gratis und wenn der multiplayer funktioniert also da kann man damit bestimmt einen haufen spaß haben so ihr wisst jetzt wo es herkriegt und jetzt schauen wir uns die drei varianten an die ihr bekommt wenn ihr das dlc kauft so wir sind wieder zurück an der fertigung station am safehaus und jetzt gehen wir mal wieder auf unsere flag moped kategorie das war also das was wir uns gerade eben angeschaut haben das kann man bestimmt drehen oder ja okay dann gehen wir mal eins weiter das ist tritts flag blau ein schwer gepanzertes flag moped mit dem du maschinen durch ram beschädigen kannst okay ja das sieht schon ein bisschen professioneller aus okay dann haben wir terrain flag blau ein flag moped gebaut für unwegsames gelände das probieren wir dann auch gleich aus und dann haben wir eigentlich hier die variante die für mich am ehesten einen sinnvolleren effekt hat sagen wir es mal so also das ist die variante von der ich mir vorstellen kann dass ich sie wahrscheinlich am ehesten benutze wenn überhaupt dann ist das hier die brux flag ein flag moped das mit einer plundra lager box einer fertigung station und eine recycling station ausgestattet ist das macht für mich am ehesten sinn wobei ich eigentlich auch nie irgendwie problem gehabt habe wenn ich irgendwo schnell wieder eine schnellreise in ein safehaus gemacht habe mir da schnell irgendwie was craften musste so also das hat mich jetzt nicht gestört dass ich das unterwegs nicht machen konnte okay wir schauen uns jetzt alle dreimal an fangen wir mal hier mit an was mir hier irgendwie fehlt ist so eine option dass man vorne einsteigen könnte so als passagier weil nur so das drauf springen das ist ja auch irgendwie eine komische geschichte es geht bestimmt aber ich hätte da irgendwie ich hab da benutzen vollständig repariert zack und aufgesetzt so ja okay also das ist auf alle fülle schon mal mehr so nach widerstand aus als dieses ding was wir da vorhin gefahren haben das sieht schon eher so eine so ein twitter aus mad max und 80er moped aus so dann schauen wir mal weiter wir haben das unwegsame gelände ok testen wir ok ok 60 kmh auf dem acker das ding hat was also ich muss zugeben das ding hat was allerdings möchte ich da nicht vorne drauf sitzen wenn man da so einen sprung macht wie gerade eben das das muss ich mal mit dem dad ausprobieren ich glaube der und ich werden am wochenende mal ein bisschen co-op generation zero zocken müssen vielleicht können wir dann so ein paar evil kniebel stanz durchführen so dann haben wir natürlich noch eine variante und zwar hier unsere logistik station so haben wir die recycling station verbrauchsgüter plünder ja ist ja nichts neues im endeffekt ne also verbrauchsgüter ganz normal je nachdem was wir alles freigeschaltet haben können wir dann hier basteln und das wird sich auch nicht anders fahren wie das erste dinge schauen wir mal ob das auch so springt nee also dann lassen wir uns mal ein kurzes fazit ziehen ähm was ich noch gar nicht gesagt habe das dlc kostet 6,89€ auf steam und ähm wir haben jetzt alle varianten gesehen das hier hat vielleicht am ehesten einen nutzen ne in puncto irgendwas craften oder zeug reinlegen was man unterwegs gelootet hat naja ja doch also es hat einen geringfügigen nutzen aber am meisten spaß macht wohl das geländegängige ding würde ich sagen ich meine wenn man sich jetzt überlegt dass man vielleicht vier also drei freunden dann zu viert insgesamt auf den dingern loszieht dann könnte es tatsächlich spaß machen ob das euch natürlich 6,89€ wert ist müsst ihr selber entscheiden ich wollte euch hier nur alles zeigen was es über diese flak mopeds zu wissen gibt und damit lasse ich euch schon wieder alleine für heute wir sehen uns in einem meiner nächsten videos oder live streams und bis dahin wünsche ich euch alles gute viel spaß beim zocken bleibt gesund bis zum nächsten mal tschüss sagt euer ü40 bis zum nächsten mal tschüss dr bis zum nächsten mal tschüss und Vielen Dank.